Hallo! Ich bin Joel Hudson. In diesem Video werde ich Sie durch das Erstellen und Verwalten von Widgets in der WebEx Events abführen. Sobald Sie erstellt haben, können Sie sie mit Ihren Website-Entwicklern, Partnern oder jedem, der mit der Förderung Ihrer Veranstaltung verbunden ist, teilen. Das Erstellen von Widgets in WebEx Ereignissen spart Zeit und Mühe, wenn es darum geht, eine Veranstaltung auf einer Website außerhalb von WebEx Ereignissen zu werben und Sie müssen nicht einmal die HTML-Codierung kennen, um sie zu erstellen. Sie werden erstaunt sein, wie einfach es wirklich ist. Widgets sind eine großartige Möglichkeit, die Registrierung voranzutreiben, indem Sie nicht registrierte Site-Besucher eine Vorstellung davon geben, was Sie von einer Veranstaltung erwarten können. Betten Sie ein Event-Widget ein, um wichtige Lautsprecher und Sitzungen hervorzuheben, Top-Sponsoren einen Shout-out und mehr. Beim Erstellen von Widgets gibt es viel zu berücksichtigen. Laden Sie daher unbedingt die Verwendung von Widgets für Ereignisse für Veranstaltungen für Veranstaltungen von der WebEx Event Academy Website herunter, um sich vorzubereiten. Klicken Sie in der Navigationsleiste auf der linken Seite des Fensters auf Ereignis, App und fördern Sie dann. Wählen Sie Widgets aus dem Submenü fördern. Webex Ereignisse geben Ereignis App Widgets den HTML-Code für den Nur-Ansicht-Inhalt an, der auf einer externen Website angezeigt werden soll. Ein Detailmodal wird angezeigt, wenn ein Widget-Element geklickt wird. Die Anzahl der angezeigten Informationen hängt vom Widget-Typ ab. Wenn sich die Einstellungen im Widget-Setup ändern, ändert sich der Widget-Code. Diese Widgets sind unabhängig voneinander, was bedeutet, dass es in Ordnung ist, mehrere Widgets für dieselbe Funktion zu erstellen. Der Prozess des Erstellens von Widgets ist gleich, unabhängig davon, welche Funktion ausgewählt wird, und die Einstellungen zwischen den Merkmalen variieren. In dieser Demonstration erstelle ich ein Lautsprecher-Feature-Widget und werde dann die anderen Widget-Einstellungen verwalten. Weitere Informationen zum Einrichten von Funktionen finden Sie in der Wiedergabeliste Eine Veranstaltung erstellen, auf dem YouTube-Kanal von Webex Events. Klicken Sie auf die Schaltfläche Neues Widget und wählen Sie den Funktionstyp aus der Dropdown-Liste aus. Wenn für dieselbe Funktion mehrere Widgets erstellt werden, aktualisieren Sie den Widget-Namen, um Verwirrung zu vermeiden. Zum Beispiel, wenn ein Sponsor nur seine eigenen Sprecher bewerben möchte, können Sie ihn so etwas wie von Slido gesponserte Sprecher nennen. Um Lautsprecher hinzuzufügen, klicken Sie auf die Schaltfläche Lautsprecher hinzufügen und auf das Kontrollkästchen neben den Lautsprechern zum Hinzufügen klicken. Wenn es eine lange Liste von Lautsprechern gibt, verwenden Sie das Suchfeld, das sich in der oberen rechten Ecke des Modals befindet, um die Liste zu filtern, in dem Teil eingeben oder alle Namen eingeben. Wenn Sie mit der Auswahl der Lautsprecher fertig sind, klicken Sie auf die Schaltfläche Lautsprecher hinzufügen. Um die Liste der Listen zu ändern, klicken Sie auf und ziehen Sie den 6-Punkt-Cluster rechts neben dem Lautsprecher. Wenn ein Lautsprecher versehentlich hinzugefügt wird, entfernen Sie ihn, indem Sie auf das Drei-Punkte-Symbol klicken und entfernen. Wenn Sie mit dem Hinzufügen und Neubestehen von Lautsprechern fertig sind, klicken Sie auf die Schaltfläche Änderungen speichern. Verwalten Sie nach dem Erstellen des Widgets das Widget so, dass das, was im Code enthalten ist oder ausgeschlossen ist, angepasst. In den Informationen zur Arbeitsbilanz finden Sie die von der für die externe Website verantwortlichen Person. Um das Widget zu verwalten, klicken Sie auf das Drei-Punkte-Symbol und wählen Sie Vorschau. Wählen Sie die Widget-Einstellungen aus oder deaktivieren Sie es, um die Anzeige der Informationen anzupassen. Wählen Sie, ob der Header angezeigt wird. Hintergrundanzeigen steuert die Hintergrundtransparenz des ausgewählten Elements, wodurch der Hintergrund der Website anstelle eines soliden weißen oder schwarzen Hintergrunds angezeigt wird. Wählen Sie, ob der Name des Widgets angezeigt werden soll. Das Layout des Widgets wird durch die Widget-View-Optionsschaltflächen gesteuert. Verwenden Sie den Toggle des Dark-Modus aktivieren, um das Thema der Ereignis-, App- oder der externen Website zu entsprechen. Wenn Sie die Einstellungen angepasst haben, klicken Sie auf die Schaltfläche Änderungen speichern. Es ist wichtig zu beachten, dass das Agenda-Widget unterschiedliche Einstellungen hat. Das Agenda-Widget hat die Option, Tracks und Sprecher zu zeigen oder auszublenden und keine Einstellungen für die Widget-Ansicht. Um den Widget-Code zu kopieren, klicken Sie auf der Seite der Vorschau auf den Widget-Code oder auf der Seite Widgets auf die Schaltfläche Widget-Code kopieren. Fügen Sie den Code in die Kommunikation in die für die externe Website verantwortliche Person ein. Weitere Informationen zu Ereignis-App-Widgets finden Sie im Wissensartikel Inhalt der Ereignis-App mit Widgets. Ereignis-App-Widgets